Diese einfache Apparatur besteht aus zwei planparallelen Platten, in denen das Licht der Kerte reflektiert wird. Einer dieser Spiegel ist halbdurchlässig. Das heißt, die Beschichtung ist so aufgetragen, dass ein Beobachter durch die Rückseite des Spiegels durchgucken und so die unendliche Reihe der Flammen sehen kann. Ist das wirklich unendlich oder bricht die Reihe irgendwo ab? Das wäre allerdings nicht logisch. Aus welchem Grund denn und an welcher Stelle? Also, die Lichterkette ist tatsächlich unendlich. Haben wir es unendlich damit in der Falle? Auch das erscheint unmöglich. Wir haben hier also eine paradoxe Situation. Das ist ein Beobachter.